Herzlich willkommen in einem neuen Video, hier ist die News, ich stelle euch den Scarlet Thunder vor, ich kürze es einfach ab, S.Thundra, also hört sich schon mal besser an. So, und ihr seht schon, das Schiff kennt ich ja, ja, es ist so gleiches Schiff, was wir in einem britischen Forschungszweig auch haben. Also ich gehe jetzt mal hier nüchtern dran, wir gucken jetzt mal nach und nach, was sieht es, S.Thundra, so auf den CapBall hat, zack, da sind die Werte, das sind 75.200 Lehm, Ja, sie sind auf T9, wie viel sagen, ganz okay, also die meisten Schiffe auf T9 ein bisschen mehr, aber ich denke mal, so im Mittelfeld würde ich sagen. 32, ziemlich sehr butterweich, Torpedoschutz 23, ist auch nicht das wahre, 3x3, wir haben hier 3x3 hohe, 490 Millimeter, was ich glaube, das hat Conquera auch, wir haben eine Reichweite von 22,22,2 Kilometer, ist auch ganz gut, wir haben einen HI-Dämpft von 7.200, Deckdurchschlagung 105 Millimeter, ach du Schande und Breiwenscheinigkeit 84, also natürlich ja britische Schlagschiffe, da hier natürlich wird HE rumgespampt ohne Ende, das ist ja nichts Neues. Wir haben eine Fluggeschwindigkeit von 792 Meter pro Sekunde und ein AP-Damage von 13.050 und die Mindestgeschwindigkeit von den Granaden 747 Meter pro Sekunde. Wir haben hier wieder von 27, 180 Grad, bei 36, ein Maximum Streuwert von 228 Metern und eine Sigma-Wert von 1.9. Andere Schiffe haben schlechtere, sind etwas schlecht und der ist etwas genauer? Ah ja, also geil, ein Schiff, was sehr präzises, durch das coolische Ziel, wird das Ding ja noch genauer. Autsch, ja super. Also, wir kriegen weiter HI-Schiff, yay, cool, noch mehr HI-Rumgespamme. Wasserbombe sitzt das Ding auch, das fehlt uns nicht. Secondary reduziert uns auch nicht. Luftabwehr, auch wirklich nicht. Also, nichts Besonderes hier, kein Torpedo, sonst irgendwas. Ach ja, deswegen, es ist ja keine Torpedos. Das ist eine Einzelbesonderheit. Wow. Keine Torpedos. Wie. Was hat das als Besonderheit? Ja. So, wir haben eine Speed von 32. Oh, ist nicht schnell, aber ich denke mal, mit der Welt. Eine komplette Schiffe sind bei 9 oder 10 Metern. Ruderstätsel von 9,7. Oh, das ist ja richtig. Das ist sehr schnell. Also, das ist sehr mobil. Tarmel von 15,1. Ich denke mal, Tarmel von 13,4 würde mal kommen. Wir haben eine Kennbarkeit von Flugzeugen, sind wir bei 11,8 Kilometer. Und wenn wir neben uns sitzen, 15,4. Wir haben den Schuh-Full-Party, Rubertur-Party und DEVA. Aha. Ja, und was ist hier da Besonderheit? Ich suche bei bestimmten T9-Brüm-Schiffe die Besonderheit. Ich habe ein Schiff, was die 3x3, die 4x19 hat. Konquere auch. Der hat ein Praschen. Hi, der mit Shatters Ding und das war's. So. Cool. Ja, also nichts, was sehr besonderes ist. Ja. Also, ist eigentlich ein, ja, ein Schiff von den Briten, den Britenzweig, was ein Vorstellzweig schon existiert, aber ohne Torpedos. Hat kein, hier steht auch keinen besonderen Heal dabei. Ist eigentlich, hat keinen starken Heal, hat keine, keine Torpedos, hat nur DEVA dabei. Nur hat den, der einen starken HE-Damage. Nur, das sind nur, nur zwei Sachen, was relativ gut ist, was, 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 was da, äh, Sondera besitzt. Und nun die Caliber von Conquera. Wow, cool. Ja, ich suche, wie gesagt, bei Präum-Schiff suche ich immer die Besonderheit. Aber hier ist nichts, was besonderes. Hm. Hm. Er hat was ja nüchtern. Ja, so, hab ich gesagt, hier ist eigentlich für mich, für mich persönlich ist das, wie ein Nummer 0,50, Präum-Schlachtschiff, was, was ist genauso wie die Vanguard ist, ja. Vanguard ist auch 0,50, äh, Schlachtschiff, hat auch keine Besonderheiten, ja. Aber das war eine Besonderheit, er hat dann gestatten hier viel Leben hat. So, das ist S. Sondera, so, nix was Besonderes. So, für mich persönlich könnte man doch so ein Spiel reinschmeißen. Mal gucken, ist da jetzt noch VIP, mal gucken, was die daraus draus machen, ich lass mich überraschen. Also, viel kann ich persönlich nicht viel sagen, würde ich sagen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, noch schönen Abend, auch bis das nächste, bis nächster Vorstellungsvideo. Und das DEVBARD, DEVBARD-Link pack ich und ne, Video-Beschreibung, bis nächstes Mal auch noch, haut rein.